Kann ich ohne Farben ein ausdruckstarkes Gemälde anfertigen? Hi, hier ist wieder Petra Wolf. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mir bei meinem letzten Bild mal wieder eine Herausforderung gesucht. Schaffe ich es, ein ausdruckstarkes, abstraktes Mehrbild nur in Schwarz-Weiß zu kreieren? Normalerweise ist bei meinen abstrakten Bildern die Farbe ein sehr wichtiges malerisches Mittel. Nachdem ich mir über die Bildgestaltung im Klaren war, habe ich mich voll auf meine Malerei eingelassen. Ich habe verschiedene Techniken angewandt, immer wieder etwas ausprobiert, dann wieder übermalt. Ich hatte wie immer einfach große Freude am achtsamen Malprozess. Wenn ich so bei mir bin, fühle ich, und das macht mich auch stolz, wie viel Kreativität in mir steckt. Ich möchte, dass mein Bild eine Geschichte erzählt. Das Resultat gefällt mir, aber auch der Weg dorthin ist richtig.